hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde von unserem candy adventskalender ich habe eben gerade schon mal reingeschaut und heute haben wir tatsächlich eine weitere runde geile brezeln drin und die fand ich beim ersten mal nicht geiler war es mit schokolade heute ist es mit karamell aramell und deswegen probieren wir die einfach mal ich habe sie aufbekommen ich bin gespannt schoko karamell und hat war es sollte karamell flavor die sind sehr lecker an die specken wirklich sehr sehr geil endlich mal wieder ein highlight muss ich ehrlich sagen hier sind wirklich sehr sehr lecker das kann ich nur empfehlen karte karamell schokobrezeln wenn ich persönlich so braucht diesen echten highlight definitiv mega gut karte karamell schokobrezeln karte karamell schokobrezeln Vielen Dank.